Wir möchten Ihnen heute unsere Firma Saline Zeitarbeit GmbH vorstellen. Ein junges, effizientes Dienstleistungsunternehmen, das flexibel und kurzfristig verfügbar ist. Auch schwierige Aufgaben packen wir gerne an. Im Einzelnen bieten wir Ihnen Schweißer, Schlosser und Vorrichter mit den entsprechenden Qualifikationsnachweisen. Unser Personal hat viele Jahre Erfahrung bei der Fabrikation und Konstruktion, beim Kessel- und Stahlbau, der Wartung in der metallverarbeitenden und chemischen Industrie, ebenso wie bei periodischen Revisionen in Kraftwerken und Raffinerien. Sollten Sie an einer Zusammenarbeit Interesse haben, zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.